fühlst du dich als würdest du bitcoin durch einen etf besitzen ich werde dir heute etwas sagen was dich schockieren wird hört zu leute wenn ihr bitcoin durch diesen etf kauft habt ihr keine bitcoin ihr habt nur eine preisexponierung die euch dollar bringt und ihr denkt okay das reicht mir ich bin fertig hier go it you crazy ihr seid idioten wusstet ihr das nicht ihr seid nicht sehr schlau wie könnt ihr das nur sagen ich verdiene so viel geld und will mich nicht damit abmühen wie man eine wallet einrichtet und bitcoin spart ich will einfach jemanden bezahlen der das für mich erledigt da haben wir es der etf wird das für mich tun das ist als würde man jemanden bezahlen der für einen gewichte hebt ja das wird nicht funktionieren oder ihr werdet nicht stärker aber ich werde mehr dollar haben ihr wisst dass dollar gedruckt werden oder ihr wisst doch dass banken große banken und institutionen mit diesen dollars gerettet wurden als sie mist gebaut haben oder das wisst ihr oder und sie haben eine menge geld gedruckt um sie zu retten also verstehen sie dieses konzept ihr scheint dieses konzept nicht zu verstehen sie können eure bitcoin und euer bargeld nehmen um bitcoin zu kaufen es für sich behalten und dann sagen oh regierung wir haben kein geld mehr könnt ihr uns retten indem ihr eine menge geld druckt und es diesen leuten gebt ja ja aber ihr schuldet es ihnen nein 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 wir schulden ihnen dollars dann könnt ihr mehr drucken oh man glaubt ihr wirklich dass leute wie ich mich michael sailor und meine freunde euch bitcoin für dollars verkaufen werden nein wir wissen wie spät es ist ihr nicht ok und wenn ihr das aus diesem video nicht versteht werdet ihr es auf die harte tour lernen und dann müsst ihr wieder für dieselben bitcoins arbeiten für die ihr hart gearbeitet habt um sie durch einen etf zu bezahlen viel glück dabei bei